Aber erstmal Hallihallo Hallihalle und herzlich Willkommen zu einer Partie UNO, aber diesmal mit Teams und ja, ich bin hier mit der Hatzel zusammen, die spielt auch mit, neben Gypsy und Sef, das unser Gegnerteam ist. Also Hallihalle und go! Hallo! Hallo! Juhu! Na, ist denn dran? Ich? Nee. Nee, mach mal langsam oder noch. Alles klar, ist gut, ist gut, ist gut, alles klar, hab ich Bescheid auch. Genau! Nee, hab ich gar nicht. Doch, hast du. Ich hab gar nicht richtig geguckt. Immer mit der Ruhe. yoga. Nja? Oh! Hallo hijos screws Njaaaah! rule ta ta dollar okay aaaah check juhifica warum aber es kann das ist absicht sinnlos das errichte auch ja 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 ist Ja, ich hab ne... Mal sehen. Ha! Geil! Weiß? Ach jo! Ich will die 6 drauflegen. Gewonnen! Dimm-dimm! Das war ja ne schnelle Runde. Dimm-dimm! So, dann machen wir wahrscheinlich noch ne Runde ran. Kleine Runde ran. Nein, bleib eine kleine Runde an hier. Das war doch viel zu gut. Kleine Runde ran. Anhängerkupplung! Was? Keine Anhängerkupplung. Das ist doch... Extrem. Äh, äh, äh. Ja. Genau. Mach's mit. Wir fangen erstmal ganz zart an. Ja, weißt du? Genau. Wir fangen leicht an und lassen stark nach. So. Ja. Nee. Nee. Was? Oh, ey. Es tut mir leid. Du Föchel! Oh, du Föchel! Was willst du nicht? Jetzt noch wenigstisch, weil du angefangen hast! Hehehehe. 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 Dienstag! Na hallo! Ehm. Genau. Oh Genau Nein! Ist doch nicht dein Ernst! Töte ihn! Oh mein Gott! Das ist wirklich... Kann nicht sein Nice! Oh Gott Ist es nicht schön, das Spiel Abwechslungsreich bis zum Gittermeer Ja echt, ich weiß gar nicht mehr was ich überhaupt legen soll Das wechselst du öfter Ja genau Das nochmal Yeah! Ja genau Wir haben alle Farben Wir haben alle Farben Das ist... das ist wundervoll Das ist gut Wirklich gut Weil so kommt man weiter, oder? Ja Ja Können wir noch lassen Nice! Hab ich gesagt Fortwechsel Ja lass erstmal ein paar Arme ziehen Genau, lass mich erstmal hier ziehen Bevor es weiter geht Nice! Lissi macht das dann gleich Okay Ja nice von ihr auch Ja nice Wunderprecht Ich hätte es nicht besser machen können Wundervoll 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 Halt Außer ein blauer! Stimmt! Uua! Das ist doch ein Bier Da kann man mal klatschen Da kann man mal End of gamen Scheiße! Scheiße! Ist halt nicht so, dass ihr noch keine Kommen habt. Ne, ne, ist alles gut. Fünf ist in Ordnung. Ist halt nicht so, dass ihr noch keine Kommen habt. Ich hab genug, alles gut. Das könnt ihr auch noch mal gebrauchen müsst ihr. Ne, wir machen mal green. Was? Wir machen green jetzt erstmal. Genau. So? Das ist schön, da hebst du doch für Spender auf. So. Ich bin zufrieden, aber mit fünf kommen. Sechs? Ne, fünf. Achso. Alles gut, alles easy. Genau. Alles geht neu. Alles geht neu. Alles geht neu. Ach, mann. Wisst ihr, wir mitspielen? Tü-düff! Tü-düm. Echt. Hau raus! Genau. Düm-düm. ich war so ein dreck sieh dir zurück Ne lustig. Ne lustig, aber... Oh, ist... Verpresst hier gleich. Ich echt auch hier. Kratzl, was hat denn da für eine Karte? Das geht sicher doch nicht an, würde ich mal sagen, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Genau die. Ne. Doch. Doch, ein Schwerverfresser. So, und weil ihr seid, hängen wir noch eine Runde ran. Du bist doch ein Schwerverfresser, ey. Kann ja echt nicht sein. Dann sind wir doch Level 2 aufgestiegen. Wir wollen ja jedem die Schumse geben, hier abzulusen. Oh, was hast denn du Feines? Da kann man was so machen. Let's flatsch. Genau. Ein auf drei geht die mal mit. Ne, ne. Wir bleiben bei rot. Ich hab mich noch nicht alle raus. So. Hä? Hä? Ich hab grad nicht was gesagt. Ja? Also halt dich dran, ja? Nein. Okay. Gut. Gehen wir zu blau. Sag mal, du bist doch nicht mehr normal. Oh. Ah egal. Jetzt passe öff. Ja, jup. Passe. Dass ich erst mal ziehe und mich dann entscheide, was ich will. So. Ja, ungünstig. Ja, ich... Ah, mhm. Aum. In Aum. Hä? Hä? Ja, ich hab begreifen, ohne zu sagen, hä! Ja, ich hab gleich mal auf das Auspuffezeichen gedrückt, damit du jetzt weh jetzt siehst. Alter! Ich hab das nämlich gemerkt, bist. Da hält er ein Löffelverfühl, hä. Ha 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 ha! Ja, pass mal auf, alter! Kannst du mal sehen, wie aufmerksam ich bin? hey was ist denn los was ist denn los ja genau dafür geht gleich rückhand du bist rotzfrech was gibts überhaupt nicht komm ich gar nicht drauf klar ich komm mir selber gar nicht klar hallo wir machen so weiter wie gehabt eine sehr wundervolle idee finde ich dabei das ist doch schon mal daher schnapps ist es doch ja okay richtig da hat er mal abgebotten geil müssen wir schon echt konzentrieren komm hause raus ja mal die dinge auch raus damit Hahaha Die riecht noch vor. Naht doch doch mal. Ich schaue da bei. No. Ich kann gar nicht wählen, er ist doch. Doch, kannst du, er ist doch. Yes. Nice. Ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann sind wir raus von der Folge und da würde ich sagen, falls es euch gefallen hat, dann Däumchen ist ein Träumchen, Kommentarbewertungen nicht vergessen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.